Ja meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FCA aktuell. Über diese beiden wollen wir heute sprechen. Philipp Tietz ist unter anderem im Gespräch beim DFB-Team. Man höre und staune, Julian Nagelsmann war nämlich im Stadion beim Spiel gegen Wolfsburg und hat sich den Stürmer ganz genau angeguckt. Und wer sich erinnert, Philipp Tietz hat eine super Livestream gezeigt. Allgemein unter Jess Torrup ist er unangefochtener Stammstürmer da vorne und zahlt das auch wirklich mit toller Leistung zurück. Zwei Tore gelangen ihm und ein Assist gegen Heidenheim und Wolfsburg. Und nicht nur das, Philipp ist eben ein Teamplayer, ein absoluter Teamplayer. Einer, der für seine Mannschaft unglaublich viel ackert und beißt. Und ja, und jetzt auch seinen Torhunger in der Bundesliga gefunden hat. Und das scheint bei Julian gut anzukommen. In der Nationalmannschaft ist es nun mal so, Vöhlkrug ist der Stürmer, der die Nase vorn hat. Aber man sucht hier einen Backup. Behrens war ja jetzt auch mal dabei. Hat sich Julian Nagelsmann sicherlich angeschaut. Momentan aber auch außer Form mit Union. Und da wird wohl auch ein formstarker Neuner mitkommen neben Niklas Vöhlkrug. Mergin Berischer hat ja bei uns es auch zum Nationalspieler geschafft. Da haben wir uns auch damals sehr gefreut. Der ist aber komplett außen vor in Hoffenheim, also spielt nahezu gar nicht und kommt nur als Joker. Möchte ich jetzt auch nicht näher kommentieren. Sprich, ist jetzt erstmal natürlich auch kein Kandidat, solange er kein Stammstürmer ist in der Bundesliga. Ja, und dann kam eben Julian Nagelsmann auf die Idee, Philipp Tietz. Und warum nicht sich den mal anschauen. 1,90 Meter groß, ist ein Strafraumstürmer, ein Neuner, der seine Stärken auch nach Flanken hat. Gegen den Ball sehr aktiv im Pressing. Einfach ein Spieler, der alles auf den Platz lässt, was möglich ist, wenn man ihm das Vertrauen schenkt. Jess Torop hat auch gesagt, er hat das Gefühl, wenn man Pipo spielen lässt und ihm Selbstvertrauen gibt und das Vertrauen, dass er eben das alles auch auf den Platz zurückgibt. Mit Einsatz, Mentalität, Einstellung. Und ich glaube, das können wir alle so bestätigen. Er ist sicherlich nicht der filigranste Spieler, aber eben einer, der weiß jetzt auch, wo das Tor steht. Muss das jetzt natürlich aber auch über einen längeren Zeitraum bestätigen. Dann könnte er einer dieser Backup-Kandidaten sein. Es ist nun mal so, dass im DFB-Team, also allgemeinem Deutschfußball, so ein bisschen dieser Weltklasse 9er aktuell fehlt. Füllkrug, muss man zumindest sagen, kommt langsam schon zur internationalen Klasse. Der trifft regelmäßig, macht es auch super im DFB-Team. Aber es fehlt halt eben dann einer nach ihm. Und da sind einige Kandidaten im Gespräch. Auch bestimmt ein Bayer von Hoffenheim, der momentan Berisha verdrängt dort, auch regelmäßig trifft. Ist halt ein jüngerer Spieler, mehr Tempo, ein bisschen anderer Typ als Philipp. Und Philipp Tietz scheint wirklich einer dieser Kandidaten zu sein. Ich finde es enorm spannend. Aus Augsburger Sicht wäre das natürlich ein Märchen, wenn wir innerhalb von zwei Jahren oder sagen wir mal letzte Saison und diese Saison zwei Mittelstürmer im Kader hätten, die es in die Nationalmannschaft schaffen, die Deutsche. Das wäre der absolute Hammer. Ich würde es ihm von Herzen gönnen. Und es kann gut sein, dass er bei den Testspielen im November auch Teil des Kaders wird. Einfach um ihn aufzuprobieren. Und dasselbe hat ja Julian Nagelsmann auch mit Behrens gemacht. Vielleicht hat Behrens nicht so überzeugt. Wie gesagt, er ist gerade ein bisschen im Formloch. Und ja, vielleicht würde er sagen, komm, der Tietz, der hat jetzt gegen Heidenheim getroffen, gescored, hat ein super Spiel gegen Wolfsburg gemacht, wieder getroffen. Man muss auch sagen, nach der Ecke ja auch noch ein Treffer, der leider zurückgenommen wurde. Probier mal den. Der hat die Einstellung, der hat den Biss. Für ihn wäre das eine Riesensache, für die Nationalmannschaft zu spielen. Also ich finde es ultra spannend. Ich würde mich natürlich, ich würde mich mega freuen und ihm auch vom Herzen gönnen. Was wäre das für eine Geschichte? Ich weiß noch, wo wir ihn verpflichtet haben, waren viele skeptisch. Und jetzt ist er so einfach der Hype-Behrer ein bisschen in der Mannschaft, weil er einfach auch so ein geiler Typ ist. Also ich würde es richtig feiern und drücke hier natürlich alle Daumen. Und ich hoffe, dass Julian Nagelsmann hier weiter nach Augsburg schaut. Er hat ja auch Augsburger Vergangenheit. Das macht das Ganze ja nochmal sehr, sehr spannend. Ja, könnt ihr mir natürlich jetzt sehr gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und dann sprechen wir ein bisschen über Jeff, unseren Kapitän, der wirklich seine Geschichte hat dieses Jahr. Am Anfang der Saison erst mal sich entschieden, nicht mehr Kapitän zu sein. Es ging auch scheinbar von ihm aus. Da wird er auch bestimmt noch was dazu sagen. Letzten Endes ist er jetzt auch nicht mehr Kapitän. Er hat sich damit abgefunden oder so selbst entschieden. Das weiß ich halt jetzt alles einfach nicht zu 100 Prozent. Aber ein Leader bleibt ein Leader. Das hat er bewiesen. Er ist so lange bei uns schon im Kader einer der dienstältesten Spieler überhaupt. Ich muss sich glatt mal schauen nochmal. Ja, Jeff ist seit 9.1.2016 im Verein. Von den aktuellen Spielern ist nur Raphael Framberger länger da. 1.1.2015. Also FCA pur. Also wenn ich Jeff nur anschaue, der ist für mich einfach ein FCA-Spieler. Und für mich auch schwierig, ihn in einen anderen Trikot zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, jetzt kommt natürlich hier die große Sache. Man hat sich dann verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Und ja, weil der FCA einfach einen Umbruch will. Man weiß nicht, ob man mit den Gedanken gespielt hat, sogar im Sommer bei einem passenden Angebot hier gesprächsbereit zu sein. Das weiß ich alles nicht. Letzten Endes ist er Gott sei Dank geblieben. Der FCA stand ja für einen Umbruch mit Erno Maßen. Jetzt ist aber Jastorup da und er hat ganz klar gesagt, in jeder Mannschaft braucht es Führungsspieler, auch erfahrenere Spieler, die einfach auch den jungen Spielern den Weg vorweisen und die dieses Charisma haben, wie ein Jeff hat, um der Mannschaft auf dem Platz zu helfen. Jeff von sich ist eh sehr überzeugt gewesen. Er hat gesagt, es gibt immer so Phasen im Fußball. Er war überzeugt, wenn er seine Leistung auf den Trikstplatz bringt, wird man ihn irgendwann wieder brauchen. Und er hat recht bei allen. Wir haben ihn gebraucht. Auch unter Maßen hat er sich zurück in die Elf gekämpft und durchaus gute Spiele gezeigt und versucht zu stabilisieren. Und jetzt unter Jastorup wirklich sehr gute Spiele gemacht. Gerade jetzt das Spiel gegen Wolfsburg war er für mich auch Man of the Match. Er ist einfach ein Autoritätsspieler. Das hat er sich über die Jahre erarbeitet. Er ist lange im Verein. Also eine gewisse Dankbarkeit sollte man auch als Verein immer haben, trotz aller Umbrüche. Und er macht das wirklich gut. Er ist in meinen Augen aktuell, wenn er so spielt, unser bester Innenverteidiger sehr schwer zu pressen. Gute Spieleöffnung, wenn das mit den langen Bällen nicht komplett übertreibt. Aber wenn es in der Mannschaft allgemein besser läuft, ist ein Jeff natürlich schon eine Säule hin. Das muss man einfach so sagen, der auch führen kann ohne die Binde. Die Binde ist für mich eh natürlich super zu haben für einen Spieler. Aber letzten Endes müssen viele auf den Platz führen. Und er ist halt ein natürlicher Leader. Und man merkt förmlich, dass Jastorup auch von ihm überzeugt ist. Ich glaube, solange Jeff fit ist und gesund ist, wird an ihm kaum einer der anderen Innenverteidiger vorbeikommen können. Weil wir haben viele. Das wird auch sehr spannend. Wir spielen aktuell mit Viererkette. Und ein Jeff in der Form wird spielen. Also da gibt es einen heißen Konkurrenzkampf. Jetzt hat sich ja auch Udo Kain mit der Gelb-Roten gegen Köln erstmal verabschiedet. Er wird gegen Köln nicht spielen. Patrick Pfeiffern, Tanganga, Winter, Bauer. Man hat Optionen. Das ist eine unkämpfte Position, gerade wenn wir bei der Viererkette bleiben. Und es gibt gar keinen einzigen Grund von der Viererkette mehr wegzugehen. Weil es wirklich deutlich besser läuft. Und Jeff ist gesetzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, für mich sollten wir nicht hier ein kleines Umdenken haben. Ich verstehe, dass der FC einen Umbruch machen will. Und ich bin mir auch sicher, dass im Winter ein bisschen was passieren wird. Weil der Kader einfach gigantisch groß ist. Man hat zum Beispiel am Wochenende gesehen, Arne Maier nicht im Kader. Cardona, Mbuku. Nur mal ein paar aufzuzählen. Und wenn alle verletzt zurückkommen, wird das ja nochmal heftiger. Da wird 100% im Winter auch ein bisschen abgegeben. Bin ich mir sicher. Und ein Chef, der wirklich so spielt und ein Stammspieler ist, könnte man durchaus in Erwägung ziehen, zu sagen, ey, das war ja auch noch, Herr Reuter war da noch in der Vereinsführung, in der Leitung. Jetzt hat man sich ja umgestellt. Herr Reuter ist nur noch beratend zur Stelle. Jetzt könnte man hier sagen, und Herr Renditsch, Jeff, wie schaut es aus? Wollen wir nochmal drüber sprechen? Wir haben einen Fehler gemacht. Hast du Lust, hier noch dran zu hängen? Ein, zwei Jahre. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Da wollte ich jetzt euch einfach fragen, wie seht ihr das Ganze? Sollte man mit Jeff das Gespräch suchen? Ich habe das Gefühl, dass er allgemein gern hier weiter Bundesliga spielen würde. Er hat das Level, er hat das Niveau. Wir brauchen ihn. Er wird auch hier wertgeschätzt von den Fans. Und ich glaube, das wird das Hauptthema sein. Wie wird er auch auf das jetzt reagieren? Er war ja doch sehr enttäuscht. Oder wie kann man es sagen, im Interview hat er schon ganz schön mal gesagt. Irgendwann sage ich, mein Teil der Geschichte. Also begeistert war er nicht, wie der Umgang da so war. Und allgemein über alle Entscheidungen im Verein. Da bin ich einfach sehr gespannt, wie er reagiert. Aber ich könnte mir gut vorstellen, man aufrichtig miteinander spricht, dass eine Vertragsverlängerung absolut im Bereich des Möglichen ist von beiden Seiten. Und auch gut für beide wäre. Naja, ich möchte einfach mal eure Meinung hören. Jeff spielt top. Wir sind froh, dass wir ihn haben, glaube ich. Und wie seht ihr das Ganze? Sollte man mit Jeff Vertragsgespräche suchen oder sagt, ihr immer noch abwarten, warum so eilig jetzt auf einmal? Bleibt nochmal entspannt. Zusammenfassend, die Lage ist so. Der Vertrag läuft zum 30.06.2024 von ihm aus. Und man hat sich sozusagen im Sommer darauf geeinigt, dass dieser nicht verlängert wird. Das war aber noch eine ganz andere Situation. Jetzt ist Harry Renditsch, der sportliche Leiter. Und wir haben einen anderen Trainer, der sehr auf ihn setzt. Ich habe das Gefühl, dass er eigentlich gerne in Augsburg ist. Wie gesagt, für mich ist das ein FC Augsburg-Spieler. So oder so, auch wenn er wechselt, weil er einfach so lange schon da ist. Und auch unser Kapitän war. Für mich ist er auch immer noch ein Leader des Teams. Und ja, man sollte aber auch nicht zu lang warten. Weil es ist nun mal auch so, dass dann ab einer gewissen Situation immer mehr Vereine auf den Spieler zukommen, weil die Leistung stimmt. Trotz seiner 32 Jahre weckt das natürlich auch das Interesse anderer Teams. Und ein Spieler möchte ja auch irgendwann einfach wissen, wie die Zukunft für ihn ausschaut. Bleibe ich nun in Augsburg? Wollt er mich? Oder bleibt mal dabei, dass wir den Vertrag nicht verlängern? Sehr spannend, Leute. Ich würde gerne einfach mal eure Meinung zu der Thematik wissen. Jeff ist sicherlich ein Spieler, der irgendwo schon FCA-Legenden-Status hat und daher immer ein sensibles Thema. Wenn die Leistung so bleibt, dann ist das für mich absolut ein Ding der Dankbarkeit, der gegenseitigen Wertschätzung, Vertrag verlängern, Gespräch suchen, klärendes Gespräch und schnellstmöglich auch mal gucken, wo es hier dann für die Zukunft für beide Seiten hingehen soll. Also Däumchen nach oben und eure Meinung jetzt in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.